Der Revolutionär mit Bart feiert Geburtstag. Vor 200 Jahren wurde Karl Marx geboren. Und alles fragt, taugen Marx Ideen heute noch, um unsere Gesellschaftsverhältnisse zu analysieren? Eine, die sich darüber seit vielen Jahren Gedanken macht, ist Rahel Jecki. Sie ist Professorin für Praktische Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin und hat vor kurzem 2 Mio. Euro erhalten für ein neues Forschungszentrum, um sich genau diesen Fragen zu widmen. Herzlich willkommen, Frau Jecki. Guten Tag, Frau Bleisch. Frau Jecki, 2 Mio. Euro, um die Krise von Kapitalismus und Demokratie zu erforschen. So etwas passiert wahrscheinlich nicht alle Tage. Nein, das passiert nicht alle Tage. Das ist tatsächlich ein sehr glücklicher Umstand, auch eine sehr glückliche Fügung gewesen und etwas, was einem gewissermassen in den Schoss gefallen ist. Oder mir in den Schoss gefallen ist, wo man normalerweise doch einen sehr viel längeren Vorlauf hat. Und sich auch bewerben muss sozusagen für Gelder. Jetzt hat ja dieser Hamburger Unternehmer, Erk Rikmas, dieses Geld sozusagen gespendet an vier unterschiedliche Forschungsinstitute in Santa Barbara, in Cambridge, Venedig und eben in Berlin an ihrer Universität. Und er selber wurde reich mit einem globalen Handel, mit Containerschiffen. Da fragt man sich natürlich, kann man jetzt reich werden im Kapitalismus und nachher das Geld spenden, um Kapitalismus zu forschen? Naja, das ist eine gute Frage. Ganz ungewöhnlich ist das ja nicht, muss man sagen. Gerade wenn wir hier über Marx reden. Denn Engels, der ja bekanntlich Unternehmerssohn war, war ja nun einer derjenigen, die maßgeblich mitverantwortlich dafür waren, dass Marx sein Werk überhaupt schreiben konnte, der ja durch dick und dünne und sehr karge Zeiten gegangen ist und immer wieder finanziell abhängig war, immer wieder finanziell gefördert worden ist von seinem Mitarbeiter. Die kritische Theorie im Grunde wäre auch ohne die Spende eines Unternehmers, das ist ja zustande gekommen, das Frankfurter Institut für Sozialforschung, auf Initiative von Felix Weil, der wiederum das mit Mitteln seines ebenfalls Unternehmervaters hat finanzieren können. Also ganz ungewöhnlich ist es nicht, aber natürlich kann man sagen, das hat schon eine gewisse Pointe Kapitalismuskritik mit, den aus eben solchen Unternehmungen erwirtschafteten Geld. Es zeigt aber ja vielleicht auch, dass die Besorgnis darüber, was in der Welt passiert und die Besorgnis über die Krisen des Kapitalismus, das, was der Kapitalismus an Lebensverhältnissen produziert, doch sehr weit auch in die Kreise derer, die eigentlich davon profitieren, hineingedrungen ist. Sie haben sich für ein Pressebild, was ich gefunden habe, was ich recherchiert habe, mit dem R. Krikmas, diesem Unternehmer, in der Halle der Humboldt-Universität zu Berlin fotografieren lassen. Und da posieren Sie vor dem ganz berühmten Feuerbach-These von Karl Warks. Das steht in die Wand gemeißelt, in der Eingangshalle der HU steht es, die Philosophen haben die Welt immer nur interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Ist das auch Ihr persönlicher Anspruch als Philosophin, die Welt zu verändern mit Philosophie? Ja, allerdings sollte man da, glaube ich, die Philosophie weder über noch unterschätzen. Natürlich ist es so, dass Philosophie in der und durch die Analyse, in der und durch die Kritik gesellschaftlicher Verhältnisse etwas in Bewegung setzen kann oder als eine Art Katalysator wirken kann, der z.B. auf das Selbstverständnis sozialer Akteure, sozialer Bewegungen einwirkt. Also Philosophie kann da viel tun, einfach indem sie Dinge klärt, Dinge, Zusammenhänge darlegt. Begriffe, denken Sie an Begriffe wie Ausbeutung, Entfremdung, Analysen von Herrschaftsverhältnissen, auch da, wo sie nicht ganz offen zutage liegen, sondern eher in den tieferen Strukturen einer Gesellschaft verankert sind. Und da sind wir ja schon mitten bei Marx eigentlich. Das sind natürlich Dinge, die die Philosophie tut und damit bewirkt sie etwas, dass das unmittelbar der Weltverbesserung im Sinne des Erfindens von Rezepten zur Weltverbesserung und Veränderung dient. Das kann man natürlich nicht erwarten. Dazu braucht es ganz andere Kräfte, dazu braucht es Bedingungen, unter denen man soziale Verhältnisse verändern kann, dazu braucht es Akteure, die bereit sind, das zu tun, dazu braucht es bestimmte politische Konstellationen. Also Philosophie wird nicht unmittelbar direkt zur Veränderung beitragen, aber sie wird es, sie kann es, wenn sie als Philosophie welthaltig ist und interessiert ist daran, die Verhältnisse zu verstehen und sie zu bewerten und sie durch das Verstehen bewerten zu können, kann sie eine Wirkung entfalten. Und wie das alles zusammenhängt, sozusagen das Denken, das Arbeiten an Begriffen und wirklich die konkrete Veränderung der Welt, darüber werden wir auch sprechen. Das ist auch eines ihrer grossen Themen. Wie denken wir Fortschritt beispielsweise mit Marx und wie gelingt die Veränderung der Welt? Es ist ja jetzt Marxjahr, wir haben es schon gesagt, 200 Jahre ist der Geburtstag her und es vergeht kaum ein Tag, wo nicht ein neues Buch auf unserer Redaktion landet. Ich habe nur gerade mal vier mitgenommen von einem hohen Stapel neuer Marx-Publikationen. Gibt es denn noch etwas Neues zu Marx zu sagen? Möchten Sie auch gerne noch ein weiteres Marx-Buch da oben drauflegen? Nein, also ich selber lege kein neues Marx-Buch da drauf. Allerdings muss ich sagen, dass Marx eine, sagen wir, mal mehr, mal weniger offensichtliche Rolle für meine Überlegungen spielt und für vieles, was ich in der Philosophie tue. Gibt es da noch etwas Neues? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, es gibt verschiedene Tendenzen, die sehr interessant sind. Es gibt Tendenzen, die, also jetzt auch in der neueren Marx-Literatur, nicht nur gibt es natürlich philologisch neue Erkenntnisse. Also wirklich Arbeiten an den Schriften. Wirklich Arbeiten an den Schriften, wo man dann, wenn man bestimmte Dinge in einem anderen Kontext, auch in der Werkentwicklung sieht oder wenn man sozusagen Fragmente, die ursprünglich mal nicht zu einem bestimmten Korpus dazugerechnet worden sind, auf einmal dann doch im Zusammenhang sieht, ergeben sich immer wieder, oder so ist solche philologische und hermeneutische Arbeit, ergeben sich immer wieder neue Perspektiven. Das ist das eine. Das zweite ist, was ich im Moment sehr interessant finde, sind Versuche, Marx stärker zu kontextualisieren. Also zu sehen, dass er eben in einer bestimmten Zeit, in der politischen Konstellation, einer bestimmten Zeit geschrieben hat. Sehr interessant finde ich beispielsweise Überlegungen, die ihn viel stärker, ist das vorher so, oder also in manchen Hinsichten der Fall war, ihn wirklich auch in den Kontext der damaligen sozialistischen Bewegung und der verschiedenen Formen der Kapitalismuskritik, die eben schon da waren, als Marx kam, zu setzen. Es gibt, jemand hat gesagt, man müsse sich klar machen, dass Marx im Grunde ein Newcomer in dieser Szene war. Da gab es schon große Figuren, die sehr bedeutend waren. Und Marx hat dort in diese, also sozusagen im Kontext der sowohl Auslegung dessen, was Kapitalismus ist, worunter wir leiden und warum wir ihn bekämpfen und es übel auffassen sollten, hat er sowohl eine neue Analyse als auch den Versuch, bestimmte Positionen, die es schon gab, zu kritisieren. Und das sozusagen detaillierter herauszufinden, wie bestimmte Momente des Marxischen Werks wirklich auch direkt als Interventionen verstanden werden können. Das finde ich jetzt persönlich eine sehr, also einfach eine interessante neue Entwicklung, weil einem das so das Gespür auch für die damalige politische Relevanz des Werks gibt und gleichzeitig das hervorbringt, was, glaube ich, wichtig ist zu sehen. Denn man denkt ja so, nachdem viele Jahre über Marx gar nicht so viel geredet worden ist, jedenfalls nicht, also nicht in der Philosophie, würde ich sagen, oder viel weniger. Man hat eben im Nachhinein immer, dass man sieht es in gewisser Weise ja von den Siegern her, davon her, dass wenn man etwas liest, dann liest man Marx und nicht die Debatten, die es damals gab. Und man sieht ihn deshalb, man kommt gar nicht auf die Idee, dass er im Grunde sich durchsetzen musste gegen sehr viel arriviertere Positionen schon. Das ist natürlich immer so, oder, dass so einzelne Denker dann wie so Inseln immer sichtbar bleiben. Und es gibt ganz viele, die dieses Denken auch vorbereitet und geprägt haben. Bevor wir vielleicht einzelne Ideen von Marx uns ein bisschen genauer angucken, möchte ich tatsächlich einen Schritt zurück machen und mal kurz mit Ihnen auch ein paar Bilder anschauen zur Theorie von Marx. Eine zentrale Frage, die Marx umtrieb und wegen der noch heute Kämpfe ausgefochten werden. Was ist der Wert einer Ware? Seine Antwort, es kommt auf die dafür aufgewendete Arbeit an. Arbeiter verkaufen ihre Arbeitskraft und stellen dafür Waren her. Diese sind so viel wert wie die Arbeit, die es für ihre Herstellung braucht. Die Arbeit wiederum ist so viel wert, wie der Arbeiter zum Überleben braucht. Arbeitet er mehr, wozu ihn die Kapitalisten zwingen, entsteht Mehrwert. Dieser Mehrwert kommt voll und ganz den Kapitalisten zugute. Das heisst, die Kapitalisten bereichern sich auf Kosten der Arbeiterklasse. Laut Marx kann das auf die Dauer nicht gut gehen. Denn der technische Fortschritt führt dazu, dass es immer weniger Arbeiter braucht, um Waren herzustellen. Viele werden arbeitslos. Die Arbeiter haben zu wenig Geld, um Waren zu kaufen. Der Kapitalismus führt so seinen Zusammenbruch selber herbei. Womit Marx nicht rechnete, war der Aufstieg der Gewerkschaften. Diese setzten ihre Forderungen gegen die Kapitalisten durch. Und die Industrialisierung bescherte grossen Teilen der Bevölkerung materiellen Wohlstand. Marx selber erlag übrigens den Verlockungen des Kapitalismus. Er spekulierte mit US-Anleihen und englischen Aktien. Ja, Marx hatte diese Idee, dass der Kapitalismus sich eigentlich selber abschafft. Er sagt auch, der Kapitalismus produziere seine eigenen Totengräber. Aber es wurde jetzt gerade schon gesagt, wir sehen auch, dass weltweit gesehen die Armut ja extrem abnimmt. Hat er sich da nicht einfach geirrt? Das mit den Totengräbern muss man, glaube ich, schon so verstehen. Er schafft sich seine eigenen Totengräber, weil er die Bedingungen dafür schafft, sich selber abzuschaffen. Und zwar sowohl im positiven Sinne, nämlich tatsächlich die Möglichkeiten, die Potenziale, den gesellschaftlichen Reichtum, das Wissen, all das, was dazugehört. Er hat aber auch im negativen Sinne die Möglichkeiten im Sinne von einer tiefen Krise, in die der Kapitalismus geraten könnte. Aber diese Totengräber müssen dann auch graben. Und das war, glaube ich, nicht so. Also man liest Marx gerne so, als ob er geglaubt hätte, der Kapitalismus schafft sich in dem Sinne von selber ab. Er geht von selber vorbei, sozusagen. Er geht so von selber vorbei. Da muss gar niemand mehr was tun, weil das die objektiven Bedingungen sind, die das dann schon von selber erledigen werden. Wenn es sei, das sei ein Naturprozess, so hat auch Marx das nicht gesehen. Aber man muss sich bemühen, um den Kapitalismus loszunehmen. Man muss sich bemühen, wie gesagt, die Totengräber müssen schon auch tragen, schon auch graben. Die Totengräber müssen sich auch zusammenfinden, wenn wir in dem Bild bleiben wollen. Die müssen also das Bewusstsein ihrer kollektiven Situation und sozusagen die politische Handlungsfähigkeit auch erst mal erwerben. Es gibt ein schönes Zitat, in dem er sagt, wenn ihr das nicht selber macht, dann werdet ihr ganz elend an die Arbeiterklasse gerichtet. Dann werdet ihr ganz elend auf den Hund kommen. Es ist nicht einfach so, der Kapitalismus macht das alles selber und die sozialen Akteure sind ja eigentlich nur die Rädchen, die ohne Wissen und Wollen... Bleiben wir an diesem Punkt noch ein bisschen dran, weil ich glaube, es ist wichtig, einfach um die These auch noch besser zu verstehen, wenn wir die Globalisierung betrachten, die Industrialisierung betrachten, dann noch einmal sieht man ja doch, dass für viele Menschen, auch wenn wir sagen würden, die Arbeitsbedingungen sind vielleicht grauenhaft in gewissen Ländern dieser Welt, hat es für sie einen Fortschritt bedeutet mit Blick auf Wohlstand. Wie gehen Sie damit um? Also kann man da nicht irgendwie auch sagen, da irrt er sich wirklich? Kapitalismus kann auch zum Guten der Menschen sein. Also ich bin die Letzte, die sagen würde, man muss an allem festhalten, was Marx gesagt hat. Und er kann sich da nicht geirrt haben. Und das wäre ja für eine Theorie, die derart daran interessiert ist, die Bedingungen, also historische Bedingungen und auch sehr spezifische Konstellationen zu analysieren, wäre das ja ganz irrwitzig. Der Kapitalismus hat sich natürlich verändert in ganz viele Richtungen, die vielleicht nicht voraussehbar waren. Und Bedingungen verändern sich insofern. Und ich glaube, dass die, sagen wir, sehr einfach aufgefasste Vorstellung davon, das gerät alles in eine tiefe Krise und geht daran zugrunde, beziehungsweise kriegt dann sozusagen den Aufwind zum Besseren, dass die ohnehin sehr, sehr problematisch ist. Der Kapitalismus gerät nicht einfach so in eine Krise. Diese Krisen sind Krisen derart, dass, weil es um soziale Verhältnisse, um Gesellschaften, um Menschen geht, sind das Krisen, die immer auch eine normative Dimension haben. Das ist nicht einfach nur so, dass der Kapitalismus irgendwie nicht mehr funktioniert und die Menschen nicht mehr ernähren kann. Was sagen Sie, damit hat eine normative Dimension? Dass es auch darum geht, dass die Art und Weise, wie es funktioniert, falsch ist und dass Menschen so nicht leben wollen, wie sie unter diesen Bedingungen leben. Also das ist ja wahrscheinlich ein wichtiger Moment auch. Jetzt haben Sie diese Unterscheidung gemacht. Es gibt einerseits rein jetzt vielleicht materiell zwar mehr Wohlstand oder Wachstum, aber die Frage ist noch, wie fühlen sich die Menschen eigentlich dabei? Bevor wir das vielleicht vertiefen, würde ich gerne auch noch einen Punkt aufnehmen, weil das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist. Der Kapitalismus, den Marx kritisiert hat, den gibt es ja heute so gar nicht mehr. Wir haben heute so politökonomische Mischformen mit kapitalistischen Elementen, aber auch mit sozialistischen Elementen. Oder Sie würden auch sagen, das ist ein anderer Kapitalismus. Wenn wir heute Kapitalismus kritisieren, kritisieren wir wahrscheinlich etwas anderes. Gibt es so etwas, wo Sie sagen würden, ja, aber genau das hatte Marx im Blick und das ist noch genau gleich? Also zunächst mal würde ich, also doch gerne noch einen Satz zu der Frage, ist denn die Analyse, dass es für einen grossen Teil der Menschen ein grosses Elend bedeutet, ist die noch richtig oder nicht? Und da haben Sie jetzt gesagt, es hat sich gezeigt, dass es doch eher eine allgemeine Aufwärtsentwicklung gibt. Das kann man natürlich mit vielen Gründen kritisieren. Man könnte sagen oder infrage stellen, wenn man sich die globale Entwicklung anguckt, kann man ja ebenso gut sagen, da ist doch vieles. Also im Grunde ist die These, dass wir eine immer größere Ungleichverteilung der gesellschaftlichen Ressourcen haben und dass wir eine Entwicklung haben, die in ganz vielen Hinsichten nicht nachhaltig ist. Also nicht nachhaltig im Sinne von, da gibt es wirklich Momente, wo man denkt, hier kann ein System seine eigenen Bestandsvoraussetzungen nicht reproduzieren. Also da gibt es gewissermaßen Entwicklungen, ökologische Entwicklungen, soziale Entwicklungen, Entwicklungen ganz verschiedener Art, wo man, glaube ich, mit gutem Recht eigentlich wieder auf seine Krisendiagnose zurückkommt und sagen kann und sagen muss, das ist ein in diesem Sinne dysfunktionales und desintegratives System. Das fand ich auch interessant. Die sozusagen Armutsschere liegt ja auf der Hand. Jetzt kann man sagen, naja, vielleicht ist insgesamt die Kalorienversorgung weltweit betrachtet und durchschnittlich hochgegangen. Aber man weiß ja auch, wie stark die, wie krass die Differenzen geworden sind und dass das im Moment gar kein Ende zu nehmen scheint. Also extreme Armut nimmt ab, aber Ungleich nimmt zu. Ungleich nimmt zu, nimmt auch in unseren Ländern, also in den eigentlich bevorzugten Ländern der westlichen Welt ungeheuer zu, der Abbau an auch sozialstaatlichen Ressourcen, wohlfahrtsstaatlichen Elementen, die tatsächlich eine bestimmte Phase des Nachkriegskapitalismus ausgemacht haben, liegt ja auch auf der Hand, dass wir da gerade wieder eine ganz andere Bewegung erfahren haben. Also so einfach, glaube ich, kann man die These, da hat er sich geirrt, gar nicht unterschreiben. Man muss es nur im Wettmaßstab sehen. Ja, das verstehe ich sehr gut. Und vielleicht könnten wir ja auch ein Element aufnehmen, wo im Moment sehr oft gesagt wird, genau da ist Marx hochaktuell, nämlich der Prozess der Digitalisierung. Da gibt es viele, die das im Moment betonen. Ich habe einen Artikel gelesen von Minli Marti und Balthasar Glättli, die man in der Schweiz sehr gut kennt, Nationalräte, die gemeinsam ein Papier verfasst haben für einen Band von Bea Trinker und Cedric Wermuth. Der heisst Marx, no Marx, der kommt erst noch raus. Und da beziehen sie sich auf das sogenannte Maschinenfragment. Und sie sagen, im Grunde genommen, das ist ein Text von Marx, und sie sagen, das ist eigentlich interessant, dass Marx schon ganz früh eigentlich darauf hingewiesen hat, oder man kann die Digitalisierung so verstehen, dass genau da ersichtlich wird, immer mehr muss produziert werden, also setzen wir immer mehr Maschinen ein. Das führt dazu, dass es immer weniger Jobs gibt, und schlussendlich haben wir eigentlich plötzlich einen Kollaps des Systems. Aber im Maschinenfragment sagt Marx eben auch, die Maschinerie, also wenn alles von Maschinen produziert wird, die könnte uns auch befreien. Und diese Doppeltheit gibt es ja im Moment gerade mit Blick auf die Digitalisierung. Wie sehen Sie das? Also ich glaube auch, dass, ich glaube nicht, dass man immer alles auch schon aus Marx rausholen muss. Also natürlich kann man immer, je nachdem, wie man Autoren auffasst und interpretiert, findet man viele Probleme, die später entstanden sind, darin schon angelegt. Und ich glaube, da gibt es viel mehr, als man denkt. Also bei Marx auch zu holen, das gilt auch für ganz andere Fragen, wenn heutzutage vom Standpunkt der postkolonialen Theorie her gesucht wird. Können Sie es ganz kurz erklären, postkoloniale Theorie? Also es gibt ja das Problem am Marxismus, das ist sehr stark aus Sicht genau eines Entwicklungstyps, nämlich des Entwicklungstyps gewissermaßen der westlichen Welt und der westlichen Moderne, wo Industrialisierung in England im Grunde immer der Prototyp dessen, wie die Entwicklung passiert war. Und man fragt sich dann, was ist eigentlich mit all den anderen Ländern, in denen Entwicklungsschritte und Dynamiken ganz anderer Art passiert sind. Und das ist einer der guten Gründe dafür, auch einen kritischen Blick auf Marx zu werfen, diese Art von ethnozentrischer Perspektive. Wenn man informiert durch die politischen Bewegungen und die politische Konstellation, die so etwas aufgreift, sich auf Marx nochmal zurückwendet, wird man aber finden, dass gerade auch der späte Marx sich sehr wohl und sehr viel Gedanken darüber gemacht hat, dass es sehr unterschiedliche Entwicklungsdynamiken geben kann, dass sozusagen die Dezentrierung von diesem Reinen, von dem Blick, der nur auf dieses eine Modell gerichtet war, durchaus auch da schon zu finden ist. Das ist vielleicht zusammen auch mit der Frage, gibt es bei Marx auch schon etwas für die ökologische Frage zu finden? Dann gibt es bei Marx auch schon etwas zu finden hinsichtlich der Geschlechterungleichheit. Man kann immer, also ich glaube, das funktioniert immer so. Es gibt Bewegungen, die so etwas thematisieren. Und dann kann man sich geschärft, kritisch geschärft, mit einem solchen Blick auch auf das Marx'sche Werk zurückwenden und wird finden, man kann da etwas draus machen. Man muss es vielleicht nicht, weil tatsächlich kommen diese Probleme in anderen Kontexten auf. Aber es ist interessant zu sehen, dass es eben auch doch schon sehr viel an Vorhersage gab oder dass es in der Marx'schen Analyse auch Elemente gibt, die wirklich sehr, sehr vorausschauend waren. Das gilt ganz sicher für die Globalisierung. Also Marx hat den Kapitalismus ja von Anfang an im Grunde als ein globales Unternehmen verstanden oder als eines, das letztendlich nur global sein können wird. Und das gilt, glaube ich, für die Digitalisierung auch. Also ich meine, diese Tendenzen zu sagen, die Maschinerie, die zunehmend die Notwendigkeit, auch noch lebendige Arbeitskräfte einzusetzen, überflüssig machen wird und die Dynamiken, die sich daraus entwickeln, das ist ganz sicher auch etwas, was für Marx jetzt nicht so überraschend ist. Sicherlich hat er nicht genau diese Technologie gesehen. Ich glaube, mich würde auch noch interessieren, auch wenn das jetzt über Marx-Exegese hinausgeht, wie bewerten wir denn diese Prozesse und wie tun Sie das? Sie haben am Anfang die kritische Theorie erwähnt und tatsächlich befassen Sie sich in Ihrer Forschung immer wieder mit Marx, aber eben auch schwerpunktmässig mit kritischer Theorie, also der Frankfurter Schule, Horkheimer Adorno, die ja immer die Gesellschaftsverhältnisse in den Blick nimmt. Und wenn wir jetzt noch einmal dieses Thema aufnehmen, Arbeit und Digitalisierung, die einen sehen das als Drohkulisse, ganz viele Jobs werden verschwinden, dass wir die Schere noch mehr aufmachen. Und andere sehen das als einen Befreiungsschlag und mir ist da ein Bild in den Blick gekommen, das habe ich im Fundus bei uns gefunden, das gibt es aber auch an der ZHDK-Zicherhochschule der Künste, hat das auch in der Sammlung mit Marx, da weniger Arbeit für alle, ist da auf dem Surfbrett abgebildet. Also die Vorstellung, naja, das befreit ja auch, wenn die Maschinerie übernimmt, dann vielleicht noch ausgestattet mit einem Grundeinkommen, dann haben wir endlich Zeit, um, was sagt Marx, fischen zu gehen und zu denken. Morgens jagen, mittags fischen, nein, morgens fischen, mittags jagen, abends kritisieren. Ja, das ist ja, ich meine, das ist ein tolles Bild, finde ich. Das ist auch ein sehr interessanter Punkt, wenn man sich fragt, welche Rolle die Arbeit eigentlich für die Marx'sche Theorie spielt oder auch für die, sozusagen für die Marx'sche Ethik, wenn man so will, oder seine Vorstellung davon, was ein vom Kapitalismus befreites, gutes, freies, richtiges Leben wäre, weil es ja wirklich beide Dimensionen gibt. Es gibt das berühmte Zitat, wo er sagt, naja, oder die berühmte Vorstellung, dass im Ende, wenn wir alles nutzen, was uns zur Verfügung steht und wenn die Maschinerie und wenn die Entwicklung der Produktivkräfte im Sinne der Menschen und des Füreinander und für die Bedürfnisse der anderen Produzierenden eingesetzt wären, wenn man dann aber auch alle technologischen Mittel gewissermaßen nutzen würde und zum Wohle der Menschen nutzen würde, statt sie damit in eine immer schlimmere Zwangsherrschaft zu bringen. Und das war ja im Grunde das Skandalon, das er herausgearbeitet hat. Wenn das also alles gelungen wäre, dann wären wir auch frei von der Arbeit. Im Sinne von, dann müssten wir nicht mehr so einen großen Teil unserer Zeit dafür einsetzen und könnten, ich weiß nicht, ob Marx an Surfen ging, gedacht hat, aber könnten eben unsere Lebenszeit anders und mit vielen anderen Dingen verbringen. Das ist das eine Element. Das andere Element ist ja, dass Marx gedacht hat, dass Arbeit ein wesentlicher Bestandteil nicht nur der Menschwerdung des Menschen, des Menschseins ist dessen, wie Menschen sich auf sich und auf ihre Welt beziehen und dadurch zu etwas machen. Also kurz gefasst Arbeit als Selbstverwirklichung, Arbeit als das, was sozusagen der spezifisch menschliche Beitrag und auch worin in bestimmten Hinsichten auch das gute und freie Leben besteht. Und ich glaube, da gibt es eine Spannung, die gar nicht richtig aufgelöst ist. Einerseits Freiheit von der Arbeit, andererseits Arbeit als Teil und Element unserer Freiheit. Ja, da sind wir wahrscheinlich bei so einem Knackpunkt, weil sich dann auch die Frage stellt, Welche Arbeit kann so, sprechen wir mal mit Axel Honneth, kann so ein Kontext der Anerkennung sein? Was ja auch ein ganz wichtiger Begriff ist in der ganzen kritischen Theorie. Also das wäre ja wahrscheinlich nicht die Fließbandarbeit. Na, das kommt ja darauf an. Also ich will doch noch auf die Frage, also auf die Frage ist jetzt Digitalisierung Freiheit oder nicht. Man kann doch sagen, die Digitalisierung, sofern sie uns monotone, langweilige, sinnlose, nervtötende Arbeit abnimmt, ist durchaus ein Element von Freiheit. Digitalisierung, sofern sie bestimmte Dinge wiederum unmöglich macht, also nicht nur Menschen ausschließt aus der Arbeit, sondern auch sozusagen selber eine Art von Arbeit kreiert, die eben in ganz spezifischer Weise nervtötend und monotone ist, hat dann wiederum eine ganz andere. Also man muss das, glaube ich, jeweils im Kontext dessen, was damit möglich gemacht wird, wie damit was, welche Tätigkeiten damit verbunden sind, aber auch welchen Einfluss Menschen darauf haben, was hier mit ihrem Leben geschieht. Da sind wir wahrscheinlich auch bei dem, was Sie interessiert an der Kapitalismuskritik. Ich habe das so verstanden, wenn man Ihren Beitrag liest in diesem Band nach Marx, ein Band, den Sie herausgegeben haben nach Ihrer grossen Marx-Konferenz 2011, die Sie veranstaltet haben. Da sagen Sie, es gibt eigentlich drei Formen der Kapitalismuskritik. Es gibt einerseits wirklich die, wie nennen Sie das, die Kritik, die funktional ist. Da sagt man wirklich, Kapitalismus wird sich selber abschaffen, der überlebt sich nicht, der funktioniert einfach nicht. Dann gibt es die moralische Kapitalismuskritik, die sagt, das ist immer verbunden mit Ausbeutungsverhältnissen und führt eben zu ungleichen Verhältnissen. Und es gibt das, was Sie die ethische Kapitalismuskritik nennen. Und da geht es Ihnen darum, dass Sie sagen, Kapitalismus ist keine Lebensform, die für uns taugt. Was meinen Sie damit genauer? Also zum einen ist, also meine Position hier ist, und das führt auch noch mal auf Marx zurück, ich glaube, was an der Marxischen Kapitalismuskritik interessant ist, ist, dass sie eigentlich alle diese drei Momente der Kapitalismuskritik enthält. Wie man eben überhaupt Marx, glaube ich, so unter dem Gesichtspunkt betrachten muss, dass er Kapitalismuskritik nicht erfunden hat, sondern ihr eine ganz bestimmte Wendung gegeben hat. Einer der wichtigen Momente ist, glaube ich, dass es eben keine rein moralisierende Kapitalismuskritik ist, sondern dass es ein Versuch ist, die spezifische Dynamik des Kapitalismus zu verstehen und aus dieser Dynamik selber auch gewissermaßen die normativen Maßstäbe der Kritik zu gewinnen. Und das ist eine interessante Mischung. Und da gehen dann diese drei Momente, die Sie genannt haben, also die funktionale Kritik, die eigentlich die Krisenkritik, die wir gerade gehört haben, ist, auch wenn es da viel avanciertere Modelle bei Marx selber natürlich gibt, die moralische Kritik, die sagen wird, es ist ungerecht, es ist eine ungleiche Verteilung von Ressourcen, es führt zur Ausbeutung und die ethische Kritik, die gehen da, glaube ich, eine Mischung miteinander ein. Also Marx hat alle drei Dimensionen vor Augen. Und in der Hinsicht, glaube ich, dass, wenn man sich klar macht, dass Produktionsweisen eben auch Lebensweisen oder Lebensformen sind, die nicht nur darauf beruhen, dass die Lebensformen, die es vorher gab, also vorkapitalistisch gab, sich angeeignet haben, zum Teil sehr gewalttätig angeeignet haben und umgeformt haben. Also der Kapitalismus braucht ja auch einen bestimmten Typ von Menschen, die beispielsweise sich der industriellen Arbeitsdisziplin, wenn es überhaupt unterziehen, dafür geeignet sind, mit der Art von Zeitregimen umzugehen etc. Auch da wird im Kapital ja viel, also viele dieser Dinge werden ja beschrieben, was es eigentlich braucht, um überhaupt gewissermaßen die Menschen und die Gesellschaft kapitalismusfähig zu machen. Welche Art von Enteignung auch von dem, was vorher Gemeineigentum war, dem vorher geht etc. Also ich glaube, dass Kapitalismus eine Lebensform ist, weil sie diese transformiert, auf diese angewiesen ist, ist ein ganz entscheidender Punkt. Meine Perspektive ist jetzt die, zu sagen, wir sollten alle diese drei Dimensionen von Kritik zusammennehmen gewissermaßen. Wir sollten sehen, dass die moralische Kritik nicht freistehend sein kann, sondern dass sie eingebettet ist in die beiden anderen Dimensionen. Das führt dann im Ende dazu zu sagen, wenn Kapitalismus ein Übel ist, dann ist er es als eine Lebensform oder unter dieser breiten Perspektive dessen, dass hier nicht nur einfach, zu sagen, ökonomische Prozesse fehllaufend, dysfunktional werden können, sondern dass das, was mit unserer Lebenswelt, mit unseren Lebensformen, mit unseren alltäglichen Praktiken und Vollzügen hier beeinflusst wird und schiefgehen kann, dass das ein Problem ist. Ja, vielleicht müssen wir den Begriff auch noch besser verstehen. Sie haben dieses Buch geschrieben, Kritik von Lebensformen. Und dieser Begriff der Lebensform ist Ihnen ganz wichtig und daran haben Sie viel gearbeitet. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es darum, dass Sie sagen, eine Lebensform ist nicht einfach ein subjektives Lebensgefühl, etwas, was ich jetzt so für mich gestalte. Es ist aber auch nicht einfach eine objektiv wertebasierte Beschreibung des guten Lebens, dass wir sagen, genau so müssen Menschen leben, ansonsten scheitert das gute Leben, sondern es ist etwas dazwischen. Es geht um soziale Praktiken, also um Dinge, die wir gemeinsam als Gemeinschaft, als Lebensform eben irgendwie uns gegeben haben. Gleichzeitig sagen Sie, und da kommt, glaube ich, der normative Begriff eben auch mit rein, es müssen irgendwie Formen sein des Zusammenlebens, in denen wir etwas lernen können. Können Sie das noch ein bisschen deutlicher machen? Können Sie mir mal eine Lebensform nennen, wo Sie sagen würden, das ist jetzt wirklich kritikwürdig, so sollten wir nicht leben? Naja, man kann ja, also das ist ja eben tatsächlich die Frage, wie weist man eigentlich, welche Art von, also wir können Kapitalismus beschreiben, wir können sagen, der funktioniert auf diese und jene Art und Weise, und man kann sagen, da gehen viele Sachen schief, da gibt es eine Art und Weise, in der die Bedingungen der eigenen Existenz untergraben werden. Es gibt massive Ungerechtigkeiten, es gibt Ausbeutung, es gibt das, was auch schon Marx Entfremdung genannt hat, es gibt sozusagen das Gefühl der Machtlosigkeit und der Sinnlosigkeit, die mit bestimmten Praktiken, denen wir hier ausgesetzt sind oder in deren Teil wir sind, einhergeht. Und man kann sich jetzt fragen, und warum ist das denn falsch? Und die, in welcher Hinsicht ist beispielsweise die Erfahrung der Destruktivität kapitalistischen Wirtschaften ist eigentlich eine, die in die weitere, die hier überhaupt gemacht werden kann oder die aus der Konsequenzen gezogen werden können. Dann kann man sich fragen, warum können die Konsequenzen nicht gezogen werden? Weil es Blockaden gibt, nicht nur dafür überhaupt zu verstehen und zu sehen, was hier eigentlich vorgeht, sondern natürlich auch systematische, sozusagen durch soziale Herrschaft bedingte Unmöglichkeiten hier, das, was im Interesse einer grossen Mehrheit der Weltbevölkerung liegen sollte, in diesem Sinne umzusetzen. Ich glaube, ich verstehe, was Sie beschreiben. Ich denke, für viele klingt das doch relativ technisch. Wenn wir vielleicht jetzt einfach mal ein Beispiel nehmen. Nehmen wir mal das Beispiel von Menschen, die so Couch-Potato-mäßig leben, die gehen am Morgen irgendwie zu einer Arbeit, die sie als sinnentleert empfinden. Am Abend kommen sie nach Hause und hängen sich mit dem Bier vor den Fernseher und gucken da Binge-Watching-mässig irgendwelche Serien und essen Hamburger. Viele würden wahrscheinlich sagen, na ja, es ist deren freier Wille, die können so entscheiden. Würden Sie jetzt sagen, Sie geben genau ein Arsenal von Instrumenten vor, um zu sagen, na ja, Freiheit in Ehren. Aber es geht eben nicht nur um die Freiheit, jetzt zu entscheiden, will ich abends Hamburger essen und Fernsehen gucken, sondern es geht überhaupt darum, den Menschen Möglichkeiten zu geben, was sie aus ihrem Leben auch noch machen könnten. Ist das die Stossrichtung? Also das ist sicher ein wichtiger und interessanter Punkt. Ich glaube, ich will nicht Individuen, ihre individuellen Entscheidungen, ihre individuellen Lebensoptionen in dem Sinne... Gibt es da was mit einer paternalistischen, ich weiß, was für euch besser ist und warum euer Leben verkehrt ist, kritisieren. Mein Versuch ist eigentlich, also auch hier zu sagen, es geht hier um die Strukturen, die bestimmte Möglichkeiten, also die sozusagen reichhaltige Entscheidungsmöglichkeiten vorgeben oder nicht. Und möglicherweise ist die Entscheidung zwischen, also es gibt Entscheidungen, von denen man sagen kann, klar, die hat man in einer Gesellschaft, die viele Konsumangebote macht, hat man die in übergroßem Maße. Und man könnte sich jetzt fragen, sind das tatsächlich die Entscheidungen und die Alternativen, vor denen man gestellt sein sollte, um zu sagen, das, was man in einem sehr tiefen Sinne als autonome Entscheidung, wo man sich wirklich zwischen unterschiedlichen Lebensweisen entscheiden kann, überhaupt treffen kann. Und Sie haben recht, ich schrecke davor zurück, also ich will nicht in diese alte Haltung, die man ja, also der älteren kritischen Theorie häufig vorgerechnet hat, so diese alte paternalistische, die Massen sind stumpf und von der Kulturindustrie verblödet Haltung. In das möchte ich nicht gerne zurück. Ich möchte aber trotzdem die Frage stellen können, ja, vor welchem Hintergrund Menschen eigentlich bestimmte Entscheidungen für bestimmte Lebensoptionen treffen. Und ich möchte trotzdem eine gesellschaftliche Debatte darüber und eine politisch-demokratische Debatte darüber, welche Lebensmöglichkeiten, welche Lebensformen, welche Praktiken eigentlich sinnvoll, gut und jetzt in einem umfassenderen Sinne auch frei sind. Weil es ja tatsächlich so ist, also wenn man das Couch-Potato-Beispiel nimmt, dann liegt so auf der einen Seite so offen zu Tage, das schadet doch niemandem, lass die Leute doch machen. Ja, also das ist etwas, wo man so sehr schnell mit dem liberalen Argument, also solange man niemandem schadet, soll man machen können, was man will. Das stimmt ja auch. Jeder auf seine Fasson, ja? Genau. Aber jeder auf seine Fasson geht ja in einer modernen Gesellschaft gar nicht so leicht. Es gibt ja immer die Frage, wie man bestimmte Ressourcen verteilt. Möchte man gerne, dass es so etwas wie gut ausgestattete öffentliche Schulen gibt, in denen es auch eine ... Und da ist es doch aber auch wahnsinnig interessant. Also ein Begriff, den Sie auch sehr stark machen und im Moment auch in diesem Zentrum, über das wir gesprochen haben, so ein Leitbegriff, ist der Begriff der Emanzipation. Und dieses Freiheitsbemühen aus Marx heraus, aus der kritischen Theorie heraus, fruchtbar zu machen für die heutige Gesellschaftskritik. Und genau wie Sie sagen, welche Bildungsangebote stellen wir bereit? Also wenn wir einen emanzipativen Gedanken haben, müssen wir uns immer fragen, woraufhin denn emanzipieren? Also haben wir nicht doch immer so ein, sage ich jetzt doch mal, objektives Ideal, woraufhin die Gesellschaft sich hin entwickeln soll? Das ist eben genau das Problem. Also die Intention hinter meinen Überlegungen hier ist ja tatsächlich zu sagen, die Vorstellung, dass man das alles so für sich allein entscheiden könnte, solange es niemand anderem schadet. Und dass das keine Voraussetzungen hat, über die schon öffentlich und gesellschaftlich entschieden ist. Das ist eben eine Illusion. Also in gewisser Weise bedient man damit dann die Vorstellung, dass die Institutionen, die wir jetzt haben, also ökonomische Institutionen, politische Institutionen, gesellschaftliche Institutionen aller Art, als ob die gewissermaßen der schon naturgegebene Hintergrund für das, was wir dann noch auf der Ebene individueller Wahlfreiheit entscheiden können müssen. Aber es ist ja so, dass diese Dinge alle schon geprägt und geformt sind. Also dass auch die Art und Weise, wie wir uns entscheiden, die Optionen, die wir haben, geformt sind, durch ein, durch Ressourcen, über die wir gar nicht anders können, als öffentlich gemeinsam zu entscheiden. Also sehr viel von dem, was wir als, also in bestimmten Gesellschaften, als sehr selbstverständliche Bestandsvoraussetzungen auffassen, darüber wird ja, muss ja politisch geredet werden. Also wir können gewissermaßen diese ethischen Fragen gar nicht außen vor lassen. Wir können gar nicht sagen, wir sind demgegenüber neutral. Und da ist ja auch ein sehr interessanter Punkt, das habe ich ja gelesen in einem Gespräch, das Sie geführt haben, mit Hartmut Rosa zusammen, der ja auch diesen Begriff der Entfremdung immer wieder aufgreift, der Beschleunigung, die uns alle so quält, dass Sie sagen, naja, alle rennen in Therapien, alle meditieren oder optimieren sich, um irgendwie in diesem System klarzukommen. Und die Leute machen sich nicht klar, dass sie eigentlich ja auch, sage ich jetzt mal doch, ein Opfer des Systems sind und dass wir eigentlich gesellschaftskritisch überlegen müssten. Also eigentlich ist das ein Drama sondergleichen, dass wir die Probleme, die wir erleben als moderne Individuen, und die Kranken am System, die haben wir in unsere Seele hineingepackt und lassen sie uns jetzt wegtherapieren. Was sollten wir denn stattdessen tun? Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Diagnose, die auch tatsächlich, wo ich den Eindruck habe, das nimmt auch immer mehr zu, ja, diese Vorstellung oder im Grunde diese Verschiebung, dass die Menschen, weil sie sonst in ihrem Leben nicht viel ändern können oder weil sie sich sonst in bestimmten Hinsichten als völlig ohnmächtig ihrem Schicksal und den gesellschaftlichen Verhältnissen ausgeliefert empfinden, optimieren sie an sich selber rum oder glauben sie, dass sie durch alle möglichen Arten von eben Selbstoptimierungstechniken und von Therapietechniken und von Körpertechniken etc. bis hin zu diesem immensen Fokus auf Fragen der Ernährung, wo ja auch so eine Manipulationswut geradezu schon herrscht, dass man glaubt, wenn ich mir diese Substanz immer regelmäßig zuführe, werde ich so funktionieren und wenn ich jenes mache, dann werde ich, also da merkt man ja manchmal, wenn man sich diese, also diese Erläuterungen und Diskurse dazu anhört, merkt man ja, dass so ein irrer und ich würde sagen fehlgeleiteter Kontrollwahn dem zugrunde liegt, ja, ich möchte wenigstens kontrollieren, was ich zu mir nehme, ich möchte wenigstens kontrollieren, wie jeder meiner Muskeln und also wie auch immer dann, verschiedene esoterische Vorstellungen über Körperfunktionen funktionieren, wie das alles funktioniert, da möchte ich Einfluss nehmen können und da glaube ich schon, dass es nicht verkehrt ist zu sagen, das ist etwas, was eine Reaktion, also dazu muss man nicht sehr paternalistisch sein, um sich mindestens die Frage stellen zu können, ist das nicht eine Reaktion darauf, dass die Sphären, die das eigene Leben wirklich betreffen und die das eigene Leben zum Teil sehr leidvoll werden lassen, dass das genau Dinge sind, an denen die Menschen glauben oder von denen sie auch die Erfahrung machen, dass sie da wenig Mitsprache haben, wenig daran ändern können und das verlagert sich dann eben auf so eine komische Weise in die Vorstellung, irgendwie ist man ja dann doch auch selber schuld und man kann das mit sich selber abmachen. Genau, was wäre denn die Alternative? Also als Philosophin können Sie natürlich jetzt sagen, naja, Gesellschaftskritik, das macht kritische Theorie und deswegen sind Sie an diesem Zentrum, deswegen ist das Ihr Forschungsinteresse. Ja, also ich meine, das hört sich so banal an. Nee, das wollte ich überhaupt nicht sagen. Ich finde ja Philosophie großartig. Ich frage mich nur, was ist mit den Leuten da draußen? Nein, aber ich meine, also tatsächlich, die Alternative ist ganz dumm und ganz platt gesagt Demokratie. Demokratie aufgefasst in einem sehr breiten Sinne. Demokratie als, auch wiederum Demokratie als Lebensform, die alle alltägliche sozusagen in die alltäglichen Institutionen einsickert und da, also die sozusagen unser ganzes Leben in vielen der verschiedenen Kontexte, in denen wir mit anderen zu tun haben und am sozialen Leben teilhaben, betreffen würde. Das hört sich jetzt so an wie ein Gedanke. Ich meine, das gibt es auch schon sehr lange, stimmt ja auch. Gibt es aber nicht der Umstand, aber dass die Menschen sich gerade nicht und gerade zu den demokratischen Institutionen nicht unbedingt das Verhältnis haben, dass sie sich dadurch vertreten fühlen oder glauben, da Autor der kollektiven Verhältnisse zu sein, die eigentlich demokratische Institutionen schaffen sollen. Das ist so, also so wenig überraschend diese Diagnose ist, aber so sehr ist das doch tatsächlich ein ... Naja, man kann ja auch sagen, es kommt ja nicht von ungefähr, dass dieses Geld ihnen gegeben wurde, um eben die Krise des Kapitalismus und der Demokratie zu erforschen. Oder da sieht man ja auch schon, wie die Dinge wahrscheinlich zusammenhängen. Genau. Also ich meine, die Frage, wie beides miteinander kompatibel ist, ist ja doch eine ... Also zum einen glaube ich, man sollte sowohl den Kapitalismus in einem sehr breiten Sinne, den wir im Grunde ja auch schon sehr lange in einem bestimmten Typ von westlichem Marxismus durch die kritische Theorie beeinflussen, aber auch durch ganz viele andere Richtungen beeinflussen, marxistischen Überlegungen. Da ist die Perspektive, dass es hier um ein sehr vielfältiges, eine komplexe Gesellschafts- und Wirtschaftsweise geht, die man eben nicht im engen Sinne ökonomistisch viel interpretieren sollte. Das ist ja sehr weit verbreitet. Auch umgekehrte Demokratie sollte man nicht nur als eine Regierungsform, deren Legitimität man untersuchen kann, auffassen, sondern eben in jenem breiten Sinne, in dem, und hier kommt das Stichwort Emanzipation, in dem Demokratie bedeutet, dass Menschen sich in dem Sinne emanzipieren, dass sie tatsächlich Mitautoren ihrer Lebensumstände werden. Und dass wir beides untersuchen in diesem Zentrum, hat auch etwas damit zu tun, dass ich glaube heute die Frage, wie vereinbar eigentlich Demokratie und Kapitalismus sind, sich wirklich sehr scharf stellt, immer wieder neu stellt. Das war von Beginn an ja ein Spannungsverhältnis, das auch wiederum unter anderem Marx sehr viel dazu beigetragen hat, deutlich zu machen, dass es hier Grenzen geben könnte. Es gab dann eine lange Phase, wo man geglaubt hat, das wurde im Film ja auch angesprochen, es gab dann Gewerkschaften, es gibt eine bestimmte Art der, auch der gewissermaßen demokratischen Zähmung des Kapitalismus, die sehr lange gelungen schien in einer bestimmten Konstellation. Und ich glaube, heute ist die Situation die, dass sich sehr viele fragen, gelingt eigentlich eine solche Zähmung? Ist das überhaupt möglich? Genau. Und wie funktioniert sozusagen die Einmischung? Und Sie selber, ich weiss nicht, ob Sie das mögen, wenn ich das erzähle, aber ich finde das so interessant. Sie sind ja selber mit 14 von zu Hause ausgezogen und waren in der Hausbesetzerszene. Und wenn man Ihren Werdegang sozusagen anguckt, heute sind Sie eine der renommiertesten Professorinnen für Philosophie an der HU, da frage ich mich auch, ist für Sie heute sozusagen der zivile Ungehorsam, dieses wirklich Aufstehen und auf die Strasse gehen und Kämpfen, ist das für Sie auch sozusagen ein legitimes Mittel? Und wie weit würden Sie da gehen? Also ja, sicher. Ich glaube auch, dass Demokratie gar nicht anders funktionieren kann und dass man dieses Moment, also dass hier soziale Bewegungen auftreten, die für bestimmte Dinge einstehen, Zusammenhänge herstellen, nicht nur ihre Interessen, sondern auch sozusagen die Art und Weise, wie sie leben wollen, politisch zum Ausdruck bringen und sich in ihrer Lage sozusagen verstehen und dann auch kollektiv verstehen und hier etwas tun. Ich glaube, dass das ein Moment der Demokratie ist, was überhaupt nicht wegzudenken ist und wir sehen das ja immer wieder, dass es, ohne dass es diese Art von Thematisierung gibt, auch viele politische Fragen eben gar nicht überhaupt auf die Agenda gesetzt würden. Man kann jetzt sagen, das lässt nach oder das hat heute auch wiederum ganz andere, Sie hatten Digitalisierung angesprochen, das hat ja auch medial heute ganz andere Bedingungen, aber dass das immer noch eine der, also ich glaube im Grunde, dass das an solchen kollektiven Mobilisierungen gar nicht viel vorbeiführt. Oder dass das eine der, unter anderem deshalb, weil es ja auch das, weil es die Subjekte überhaupt erst zu, auch wieder das Thema Emanzipation, überhaupt erst zu Individuen macht, die sich in der Art und Weise mit ihrer Umwelt auseinandersetzen, die sich mit den anderen auseinandersetzen, die Solidaritäten entwickeln, die es vorher nicht unbedingt gibt, die anfangen, Dinge zu thematisieren an der Welt, in der sie leben, die ihnen vorher als ganz ungreifbar oder auch unveränderbar erschienen sind. Also ich glaube sozusagen, dieses dynamische Moment ist schon, oder sagen wir so, die heißere Phase der sozialen Auseinandersetzung ist immer noch sehr wichtig. Ich glaube nur, dass man, auf der anderen Seite kann man natürlich nicht alles daraus setzen. Ich würde unbedingt mit Ihnen noch gerne darüber sprechen, wie man denn sozusagen die Welt verändert, weil es ja darum irgendwie zu gehen scheint. Und da hat ja Marx durchaus ein ambivalentes Verhältnis dazu. Ich finde das immer wieder erstaunlich, sich klarzumachen. Etwas, was ich glaube, viele Leute auch sich umgekehrt vorstellen, dass Marx eigentlich überhaupt kein Utopist war. Marx glaubte nicht daran, dass man mit einer Idee die Welt verändern kann. Und das ist etwas, was Sie im neuen Buch beschäftigt, was im nächsten Herbst erscheinen wird, Fortschritt und Regression. Und Sie sagen ganz klar, wir müssen uns klar machen, es geht nicht darum, dass wir Ideen entwickeln können und dann sagen wir mal, na ja, so wäre ungefähr die ideale Theorie einer Gesellschaft und dann Marschrichtung, da geht es jetzt lang. Sondern es geht immer darum, dass die Verhältnisse, die Gesellschaft, die sie gerade so tickt, die Ideen irgendwie spiegelt. Und das ist so eine Rückkoppelung. Wie genau verändern wir denn etwas, wenn wir darauf angewiesen sind, dass die Gesellschaft da auch mal was vorlegt? Naja, ich glaube wirklich, dass das ein wichtiger Punkt ist, den man auch gar nicht oft genug betonen kann, dass Marx eben kein Utopist war. Und dass das genau der Einsatz ist gegen ganz viele andere, auch zeitgenössische Bewegungen und damalige Bewegungen. Das genau ist daran aktuell, dass das nicht einfach irgendwie eine blasse, eine am grünen Tisch entworfene Utopie oder ein bloßes normatives Ideal ist. Und das in zwei Hinsichten, glaube ich. Ich meine, das eine ist das, dass er wirklich daran interessiert war, zu sehen, welche Bedingungen sich in der Veränderung der gesellschaftlichen Wirklichkeit selber, welche, also wie sich sozusagen Möglichkeiten herauskristallisieren. Wie ist das, was an einer berühmten Stelle sagt, Revolutionen bedürfen eines passiven und eines aktiven Elements. Und das passive Element sind sozusagen Sinn, das kann man jetzt, also ich würde sagen, man muss das sehr komplex verstehen und vielleicht auch komplexer verstehen, als Marx das manchmal gemacht hat. Aber das passive Moment, sind natürlich das Gesamt all der Bedingungen, der ökonomischen Bedingungen, die sich verändern, der neuen Technologien, die sich entwickeln, plus verschiedene Transformationen in Lebensweisen, von Lebensweisen, die nicht unbedingt dadurch hervorgebracht werden, dass Menschen sich überlegen, dass sie irgendetwas jetzt nicht mehr richtig und gut finden und es deshalb bewusst ändern, sondern die sich in Auseinandersetzung auch mit materiellen Bedingungen entwickeln. Und es gibt das aktive Moment und das aktive Moment sind ja einerseits eben dann tatsächlich die sozialen Akteure, die so etwas umsetzen, darüber haben wir schon geredet, Ich finde das Interessante an den Marxischen Überlegungen hier, der ja auch zum Kapitalismus das zwiespältige Verhältnis hatte, dass er die unglaubliche dynamische Kraft gesehen hat, also der Kapitalismus ist die Entwicklung, das finden wir im Kommunistischen Manifest ja so ausdrucksstark, die alles Bestehende pulverisiert, die alles Ständische verdampfen lässt, die sozusagen die Bedingungen dafür bereitstellt, dass die ganze Welt sich verändern kann. Und die Hoffnung ist jetzt, dass sich auch die sozialen Herrschaftsverhältnisse dadurch verändern. Und das, also einerseits... Das bedingt sich gegenseitig. Sie bringen ein Beispiel, ich würde das gerne besser noch verstehen. Sie sagen, wir haben zum Beispiel so etwas heute wie den Straftatbestand, der Straftatbestand, der Vergewaltigung in der Ehe. Lange Zeit war die Gesellschaft so gestrickt, dass Männer sich einfach holen konnten in der Ehe, was sie halt wollten. Es gab da keine Straftat, sozusagen. Heute ist das anders. Wie sind wir da hingekommen? Nicht, indem sich Leute zuerst mal ausgedacht haben, das könnten wir doch jetzt bestrafen, sondern indem sich die Gesellschaft zuerst verwandelt hat. Und Sie verweisen dann auf eine Stelle aus dem Kapital Dritter Band, wo Sie sagen, so ist es... Also bei Marx, der sagt, beim Privateigentum ist es so, irgendwann werden wir eine Gesellschaftsformation haben, da wird das Privateigentum an einzelnen Teilen des Erdballs so abgeschmackt erscheinen, wie das Privateigentum von Menschen an anderen Menschen. Also was Marx eigentlich sagt, ist, das wird uns irgendwann einfach geschmacklos erscheinen. Es geht nicht darum, dass es unmoralisch ist, es ist irgendwie geschmacklos. Ist das wirklich alles, was wir dazu sagen sollten? Nein, natürlich ist es unmoralisch. Und ich glaube auch nicht, dass Marx nicht geglaubt hat, dass es abscheulich, unmoralisch und widerwärtig ist, Menschen zu besitzen, sei das in feudalen Verhältnissen oder in anderen Formen der Sklaverei. Aber das Interessante daran ist, also ich finde auch tatsächlich dieses Wortabgeschmack daran so interessant, weil das klingt erst mal so ästhetisch, so abgeschmackt, irgendwie... Genau, Ethik aus Geschmackssache. Genau. Und das ist natürlich, das ist nicht gemeint. Also ich glaube, das Interessante dabei ist, dass er damit eigentlich eine Antwort darauf versucht, auf die Frage, die uns ja manchmal beschäftigt, wenn wir uns mit solchen, mit moralischem Fortschritt befassen. Manchmal versteht man ja überhaupt nicht, wie in einer früheren Zeit, in einer anderen sozialen Konstellation, Dinge für ganz normal gehalten werden konnten. Wirklich für völlig selbstverständlich, die, nachdem sich der Fortschritt ereignet hat, oder sich die moralischen Sensibilitäten geändert haben, scheint es einem undenkbar. Also gewisse Formen der Tierhaltung zum Beispiel, denkt man heute einfach, geht nicht mehr. Ja, come on, ja. Natürlich jede Form von Sklaverei. Also nicht, dass es sie heute nicht noch gäbe. Es gibt sie unter anderem Namen, in anderen rechtlichen Bedingungen, leider, wie wir wissen, in vielen Formen. Aber sozusagen eine öffentlich anerkannte, institutionelle Form des, also tatsächlichen Eigentums an Menschen mit all den Verfügungsrechten, gehört ja auch in dieses Genre. Aber um eben dieses kleine Beispiel, an dem man auch zeigen kann, da hat sich ja eben was verändert, der Vergewaltigung in der Ehe zu nehmen. Schon da, finde ich, kann man gut sehen, dass was hier passiert ist, dass sich, und ich glaube, darauf will Marx mit diesem Abgeschmack hinaus, dass sich die Rahmenbedingungen ändern, dass sich der gesamte Kontext ändert. Also Abgeschmack sagt man deshalb hier, weil es nicht einfach so ist, dass man jetzt eine andere Position dazu hat, eine andere Idee dazu entwickelt hat, sondern es erscheint einem undenkbar. Und die Frage ist, wie kommt es eigentlich zu dieser Art der Undenkbarkeit? Und darauf ist die Antwort, weil sich sehr viele, sagen wir, umgrenzende Bedingungen geändert haben. Das sind, wenn wir den Fall der Vergewaltigung in der Ehe jetzt nehmen, dass das für bestimmte, in bestimmten Zeiten so, zu sagen, moralisch unproblematisch erscheinen konnte. Ich glaube nicht, dass es den Opfern jemals moralisch so unproblematisch erschienen ist. Aber sagen wir, dass es gesellschaftlich so unter mindestens ferner Liefen abqualifiziert wurde, das hat was damit zu tun, dass die Männer damals auch, oder was heißt damals, ist ja noch gar nicht so lange her, auch über die Arbeitsverträge der Frauen entscheiden durften. Also entscheiden durften, ob die Frauen überhaupt berufstätig sein durften und beispielsweise ohne Zustimmung der Frau auch einen Arbeitsvertrag auflösen durften. Das hat auch was damit zu tun, dass alle möglichen Arten der ökonomischen Abhängigkeit oder dessen, dass überhaupt eben der Mann in der Ehe alle Lebensentscheidungen für die Frau treffen durfte. Es hat auf der anderen Seite, um eine ganz andere Dynamik anzusprechen, auch etwas damit zu tun, wie die Vorstellung von Liebe, wie die Vorstellung von Sexualität, welche Ideen und Interpretationen es dazu gibt. Also sozusagen eine sehr passive Interpretation dessen, was Frauen hier eigentlich wollen, welche Art von Leidenschaft hier im Spiel ist. All das zusammen, und das finde ich eigentlich das, was man sozusagen aus dieser Idee, dass moralischer Fortschritt sich im Kontext von sehr vielen anderen Institutionen und Praktiken ereignet. All das zusammen, eine bestimmte Vorstellung davon, was die Sexualität einer Frau überhaupt ausmacht, eine bestimmte Selbstverständlichkeit, mit der der Mann ökonomisch der Haushaltsvorstand war, alle möglichen anderen rechtlichen Bestimmungen, das alles zusammenführt in dem Fall zu einer Konstellation, wo einem dann sozusagen dieses I-Tüpfelchen des Rechts auf sexuellen Übergriff gar nicht mehr, oder wo man versteht, warum das gar nicht, warum das in dem Kontext irgendwie ganz selbstverständlich erscheinen konnte. Wir sind mitten in der Gesellschaftskritik, aber am Ende unseres Gesprächs. Das heisst, wir müssen noch lange weiter überlegen, was alles denn abgeschmackt ist, und vielleicht ein Stück weit darauf hoffen, dass wir noch neue Formen finden, wie wir die abgeschmackten Dinge analysieren können und, hoffe ich doch, beseitigen können. Ich danke Ihnen sehr, Frau Jäcki, dass Sie zu uns gekommen sind. Nächste Woche reisen wir nach Israel. Yves Bossard trifft den bedeutenden Schriftsteller Amos Oz und spricht mit ihm über den Konflikt zwischen Israeli und Palästinensern und über die Wurzeln des Fanatismus. Am 23. Mai laden wir wieder zum philosophischen Stammtisch nach Basel. Wir liefern den philosophischen Nachklapp zu MeToo und fragen, was es Neues gibt.feminismus. Ich freue mich, wenn Sie live dabei sind. Tickets gibt es auf unserer Website. Und jetzt gleich jagen wir der Schönheit nach. Chasing Beauty heisst das Filmporträt über den Zürcher Fotografen Walter Pfeiffer, der die Modefotografie zur Kunst erhob. Viel Vergnügen und eine gute Woche für Sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017